Los, dadadadadam! Das Prinzip vom Baum gesehen hast, dass du es überhaupt vonstatten findest. Das ist schwierig, kann ich dir sagen. So, wo bist der? Mach dich platt. Wo würde man hier drehen? Bist du auf dem Berg? Es gibt nämlich auch Leute, die Bauduels machen, wie Aboret und so weiter. Bauduels und das bringt dann was? Ja, Bauduels. Gar nichts. Die battlen sich einfach nur. Wer der bessere Editierer, Bauer ist, was auch immer. Und wer entscheidet das dann? Der, der als erstes oben ist. Also, die haben dann eine festgelegte Route und so weiter und dann machen die das. Mhm, voll geil. Zum Beispiel, was ich dir noch zeigen kann, ist eine Bausucht. Oder überhaupt was zum Bauen. Moment, komm mal runter. Okay, also ich komm runter. Lehrstunden im Bauen. Pass auf, komm mal. So bauen nämlich auch welche. Die bauen hier eine Wand und bauen dann hier hoch und bauen wieder eine Wand. Und, Moment, eigentlich hier. Und wer drunter gefahren. Aber die bauen halt so, dass die Gegner den Rest nicht mehr benutzen können. Zum Beispiel, wie ich letztens. Moment, äh, zum Beispiel so. Baustunde. Baustunde. Oder bauen. Dann könnte man nämlich hier noch, äh, Dingens rumbauen. Mhm. Mhm. Wir bauen nämlich auch welche. Mhm. Dann kann man sich hier wieder raus in die Tür. Ja. Ist voll geil. Ja, wir fragen uns weiter. Jo. Auf jeden Fall. Let's go. Wo bist du? Boah. Let's go. Wo ist er hin? Weg. Yeah, ich bin der Baumeister. Geil Scheiße Ja Nice Ich war lowlife Also ich habe nicht viel Leben gehabt Achso Yeah Ich habe gesiegt 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 Ah 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 Schön Nein 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 Boah ist voll schwer Ja Bauen Bauen musste ich auch erst lernen Aber es ist echt Das wird schon Gib dir weiterhin Mühe Ja Ich übe immer wieder weiter Irgendwann klappt es dann Hm Das stimmt Aber was ich manchmal vergesse in Fights Das ich baue Das ist eigentlich das A und O Aber ich vergesse es da halt meistens Ich vergesse es auch meistens Boah ist voll schnell Boah jetzt war ich zu langsam Wo bist du denn überhaupt Oder bist da Ich habe immer Mich hat immer sich hochgebaut Lol Ich fühlte mal ein Locator Bäm War aber nix Daneben Daneben Hm Ja genau Hä wo ist er denn Wo ist er denn Der hier Guck mal Äh Hm Ein Herr Lama Lama will ich auch haben Habe ich jetzt aber Scheiße Bin gleich da Ich auch Mal gucken wie hoch ich komme Sieht aber weit hoch Boah 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 Ich nehme ja gar kein Ende Boah 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 Ich warte Moment Wo bist du Da oben aufm Berg Rix warte mal Ich möchte mal kurz was schauen Wie viel HP hast du noch 31 Warum Rix du doppelt damage Moment Ich glaube ich habe gerade einen Bug Bleib mal stehen Hä Schade Komm nochmal Also komm nochmal zu mir her Okay Bin bei dir Ich möchte es jetzt mal ausprobieren Jetzt müsst ihr es ausprobieren Außerdem muss ich nochmal respawnen Weil es Glaubbar Also entweder war es jetzt ein Sound Bug Oder es ist ein kompletter Bug Hm Bin ich gespannt Komm zu mir Komm zu mir Ich komme zu dir Wo bist du? Da Da ist ein Ballon Ja das ist meiner Nein 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 Ballon Ballon Meiner Oh hier liegen nur Waffen Ok Ok jetzt ist nochmal Wuii Wuii Oh Oh Lad nach Oh nein Ich war am Nachladen Shit Scheiße Ich hatte sowieso nicht mehr viel Leben Von daher Ich brauche unbedingt Oh guck mal das ist eine geile Position Da oben ist geil Ob ich das schaffe mit runter kommen Gucken Aber der Ringe verstehe ich was die Ringe zu bedeuten haben Das verstehe ich nicht ganz Das ist für Flugzeuge Das ist für Missionen Das ist so auch Da warst du auch schon Wo ist denn hin? Wo ist denn hin? Guck mal hinter dich Hinter mich? Hä? Boah Ich kann ja nicht bauen Guck mal Guck mal Sieht erst dich Jetzt habe ich dich Boah Boah Ha Wuuu Alter in der Luft Alter in der Luft Alter als ob wie viel meter alter nee ich muss mir das noch mal angucken alter wie viel meter waren das vielleicht gibt es da extra punkte nein aber das ist halt du hast bullet drop drinnen wenn du den in der luft erwischt das ist schon krass ja gibt es also ist das cool nice hammer girl wo bin ich denn hier habe ich mich gerade eben so gefreut kann mir vorstellen ich komme nicht ins fenster so jetzt ist hier feierabend du bist denn da mensch was geht das die ich auch haben Scheiße! Die gibt's leider erst neu im Spiel. Dammt! So, jetzt muss ich ein paar Bäume wieder gleich abbauen. Ich hab noch einen 551. Ich loot hier kurz den Ballon und ein, zwei Bäume ab und dann können wir uns bau-duellieren. Na komm zum Korn. Dann liegt das Ende eh gleich da und dann können wir du spielen. Duos ist ein zweites Ding. Komm her! Komm her! Nein! Nein! 143 Meter hast du mich gesnackt. Woher weißt du siehst denn das? Das sieht man unten im Killjet. Achso. Das ist meine! Den würd ich mir mal besorgen. Das ist meine! Gib ihn her! Gib ihn her! Ey ey ey, ich mach nicht dies. Mach jetzt nicht den. Mach nicht den meiner. Ey ey ey! W 19601 Janad. Ya macht das GOOD. Dok. N SHEIL. W